Servus Leute, hier bei dem neuen GTA 5 Let's Play. Und ja, wir machen jetzt hier noch eine andere Mission. Ja, Part 6 jetzt. Sind schon ganz schön weit. Wir haben es seit knapp drei Stunden. Oder? Ja. Ungefähr. Es ist auf jeden Fall schon dunkel draußen. Aber in GTA ist es bis jetzt noch nicht dunkel geworden. Naja, einmal, aber da waren wir nicht auf Sendung. So, sind wir da? Weiß sieben Millionen. Sieben Millionen hat sich fast so ein bisschen. Und was magst du hier? Erst mal eintreten. Du kannst schon nicht reden. Du kannst schon nicht reden. Sorry, wenn es so flimmert, aber das kennt ihr ja mittlerweile schon. Die töte ich auch nicht auf. Okay. Ja, das ist jetzt irgendwie komisch. Du hast dann nicht irgendwie so eine Garage da? Ah ja, stimmt, genau. Ich möchte nur wissen, wann wir den nächsten Charakter freischalten. Das wäre ja dann der Michael, oder? Ja. Und die Sprachsequenz mag ich immer noch nicht. Ich bin jetzt einfach übersprungen. Oh, scheiße, ich wollte wieder abservieren. Ja, der ist uns die Mission schon mal fehlgeschlagen. Aber nur einmal. Und dann hatten wir, naja. Ja, ich bin jetzt mal. So fällte ich das auch immer rum Ich wundere mich, wenn ich meine Führerschaft schaffe Ja Ja Musst du überhaupt hier her? Ja Ach ja, stimmt Schlag nenn, dass er nicht rüberkommt Ja, schau dir Der ist tot, oder? Ja Jetzt kommt, was mit dir hier vor Ich glaube, du hättest eine Waffe gebraucht, oder? Ja Ja, aber Einer kann nicht auch so Nee, doch nicht Wie war das so ein Fahrrad? Nicht so busy Ist das gleiche? Nein, ist es nicht Das ist meins Ey Hau mit dem Fahrrad weg Ich glaube, ich muss ja erst der Herr laufen Ich weiß, deine Lover immer wieder geschrieben Ja, will ich ja Ja, so Was hast du mit mir schon wieder? Der passt auch immer so lange wie du das machst. Okay. Ich habe ja noch eine zweite Waffe, oder? Genau. Ihr könnt uns ja mal sagen, ob wir längere oder kürzere Parts machen sollen. Von GTA, aber 10 Minuten, ich glaube, das passt schon. Oh, der leg. Bubble. Ja, der ist noch etwas volles Leben, der Chef. das ist das der Gamer der Fälle auf GTA 5 was ist ja ja um ich glaube das ist nicht so gut muss er abhauen denke ich schon sicher nicht dass er vor einer Mission fehlgeschlagen da steht scheiße eine Sackgasse hilft da als nix für euch gibt es keine Sackgassen leck wow ja 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 also mission geschafft nein ich glaube das ist nicht abhauen von dort hinten das ist zu den blauen hinterher von den blauen punkt sie kann planpunkt ach da er ist leicht schnell so ein bisschen schneller Naja, auf jeden Fall nicht schnell genug für uns. Alter, der Ernst, hey. Na oder doch? Nö. Bist du das sicher? Mhm. Bist du bei der Eichdauer? Hast du wieder eine Loverin geschrieben? Ja, ist klar. Ist klar. Das Bike behält dir da nicht sogar. Ja. Ich muss mal kurz warnen, wir sind schon bei 9 Minuten 13. Hast du? Wir haben noch eine knappe Minute zu filmen. Jetzt muss ich Unfälle vermeiden, weil mit dem Motorrad ein Unfall ist nicht unbedingt präglend. Lecker, lecker, lecker. Ja, und jetzt haben wir es geschafft, die 10 Minuten. Aber wir machen noch so lange, bis wir da sind. Also. Wenn das Video mit drauf geht. Ja. 15 Minuten. Ich bin mir noch nicht so sicher. So. Ich mag ja sein. Sagt euch, ob das besser ist, diese Qualität mit dem Flimmern oder die andere. Aber ich glaube eher die andere. Aber ich kann es nicht vermeiden, das Flimmern. Fick dich. Oh, falsche Seite. Falsche Seite. Ah, ist kalt. Und wir sind da. Auf die sprache dazu. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.